Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute setzen wir uns mal mit Namen von Maßeinheiten und Größen auseinander und ich habe da mal was vorbereitet. Also, wir fangen an mit 1 Meter. Kennen wir alle. Wenn wir 0,1 Meter nehmen, dann könnten wir ja sagen, okay, das ist nichts anderes als 10 hoch minus 1. Klar, nur anders aufgeschrieben. Und dieses nennen wir Dezi. In dem Fall dann Dezimeter. Kennen wir alle. Dann kennen wir 0,01 Meter. Wir könnten es aufschreiben als 10 hoch minus 2 und das kennen wir alle als Zentimeter. In diesem Fall Zentimeter. Alles klar, ihr kommt mit. Jetzt machen wir es noch ein bisschen schwieriger. Das können aber alle noch. 0,01 Meter. Also 10 hoch minus 3. Wisst ihr es? Alles klar. Das geht noch. Das sind die Millimeter. So, und jetzt geht's los. 0,000001. Also 10 hoch minus 6. Wisst ihr es? Das sind die Mikrometer. Okay. Jetzt mache ich ohne die Nullen weiter. Jetzt kommt 10 hoch minus 9. Also 0,000001. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Also 10 hoch minus 9. Und das sind die Nanometer. Und ein letzter. 10 hoch minus 12. Das sind die Pikometer. Nur damit ihr es mal gehört habt. So, und jetzt gehen wir in die andere Richtung. So, und jetzt gehen wir noch in die andere Richtung. Und zwar 10 hoch 2. Also 100. Das beschreiben wir mit der Silbe Hekto. 10 hoch 3. Also 1000. Beschreiben wir mit der Silbe Kilo. Meter. Was auch immer. 10 hoch 6. Das kenne ich allerdings nur aus dem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also eine Million. Das ist Mega. Ich kenne das aus dem Bereich Megabyte. Also Computer. 10 hoch 9. Das schreibe ich jetzt nicht mehr auf. Obwohl, das kriege ich noch hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist Giga. Wie zum Beispiel Giga. Und 10 hoch 12. Na, machen wir es komplett. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wisst ihr es? Das ist Terra. Wie zum Beispiel Terabyte. So, jetzt habt ihr die wichtigsten Namensvorsätze für Zahlen und Größen Einheiten einmal kurz zusammengefasst gesehen. Okay, das war's.